Ich nehme aber zum Beispiel wahr, dass bei meiner eigenen Tochter zum Beispiel so ist, dass die Dinge als eher albern oder infantil empfindet, die ich gut finde, also sowas wie Comiclesen selber, aber sich da schon viel mehr in so einer Erwachsenenwelt verortet. Also das kehrt sich gewissermaßen um. Genau wie es früher im eigenen Elternhaushalt ganz anders war, dass man eben die meinetwegen Comiclesen toll fand und die Eltern das für blödsinnig erachtet haben. Aber vielleicht ist es ja auch ganz anders bei anderen. Wie ist es bei dir, Ingrid? Woher kommt denn das bei deiner Tochter, wenn ich fragen darf? Also hat ihr jemand gesagt, Comicles sind blöd? Gar nicht, gar nicht. Es ist einfach kein Interesse dran. Und woher das kommt, kann ich gar nicht sagen. Nein, aber ich wollte es jetzt auch gar nicht abwürgen. Es ist nur so, dass ich das Gefühl habe, wie ich vorhin schon angedeutet habe, dass man im Grunde genommen heutzutage sehr oft sich unter Beobachtung wähnt und dann diese Dinge vielleicht ablehnt aus einer nicht eigenen Haltung heraus, so kommt es mir jedenfalls vor, sondern weil man das Gefühl hat, es schickt sich nicht, es ist nicht angebracht. Und vielleicht als letztes Beispiel noch erwähnt, dieses Foto, Stefan hat darauf hingewiesen, der US-Präsident Biden schleckend, ein Eis schleckend auf einem Foto, dass dieses Foto Anstoß erregt hat und man sagt das so nach dem Motto, ein Mann in der Verantwortung, in der Position und dem Alter, das macht man nicht, dass man ein Eis aus der Waffe schleckt und sich dabei auch noch fotografieren lässt. Ich finde, es ist halt wieder mal ein Beispiel dafür, dass man unter Beobachtung steht, aber man sollte dann einfach sagen, wieso? Das ist meine Sache, das mache ich. Und ob man mich infantilisiert oder infantil sieht, das ist mir in dem Fall dann egal. Jetzt habe ich so viel gequatscht und das Schlusswort weggenommen vielleicht. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.